Willst du sein Level 4 oder so? Level 9 Das geht auch noch Hast du schon ein Lagerfeuer erstellt? Ja Sehr schön Jo, ich bräuchte mal deine Hilfe Wie, was? Auf den mit einem Knüppel einknüppeln oder einer Steinschleuder? Hab ich nicht Hast du Steine? Hast du Steine? Warte mal! Aua Aua Ich hab keine Fasern, Alter Ich brauch fucking Steine Gib mir Steine! Schnell Oh oh Schnell Schnell Ich hab nur einen Stein Ich bin am Arsch Fall doch um Hol Steine Hol Steine, hol Steine Schnell Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ah, komm zurück Das ist gut, das ist gut, das ist gut Ne, das ist schlecht Ich kann nicht laufen Fuck Fuck Puh Knapp, Alter Wo bist du denn jetzt? Im Haus Immer noch Mike Aua Schnell Mike Schnell Alter Alter Komm nicht rein Mann Was ballerst du auch das scheiß Vieh an? Hier, neun Stück, wer kann dich nicht auftreiben? Was greifst du auch das Vieh an? Ich zähm das jetzt Ich zerfick dir das Vieh gleich Das ist ja nicht Ich zähm das, ich zähm das, ja deine Mama zähm mich ey Steine Mike Ganz wichtig Was? Ich brauch Steine Alter Das soll ich mir die ausm Arsch ziehen Ja, bitte Brauch ich Holz Die Steine liegen überall aufm Boden rum Und er findet keiner Och, deine Mama liegt überall aufm Boden rum Jetzt geh mir nicht auf den Sack Schau Mensch, du, du, du Forget herd Faggot Kind ey Vielleicht lass ich dich einfach so verrecken Ja, ich verrecke jetzt auch. Super. Gott eben. Ja, wir müssen das absprechen. Wer wie was macht. Da fängst du einfach an. Das ist viel zu zähm, Alter. Ich mache jetzt auch noch weiter. Der kann, so viel kann der gar nicht abhaben. Der ist Level Gedöns, Alter. Level Gedöns. Der nimmt unser Haus auseinander. Wo ist mein scheiß Rucksack? Da. Jetzt haupt er ab. Mega, Alter. Jo, Mike, meine Steinschreuer ist im Arsch. Okay. Ich brauche Fasern und Leder. Aber. Liegt er, ja? Ja. Ja. Das alles halb so will. Solange wir den irgendwann zähmen. Ja, und ich renne hier rum und sammel gerade Steine. Ja, gut. Dann kannst du mir ja schon mal welche hinlegen. Sofern ich was finde. Einfach E drücken, wenn du läufst. Nein, echt? Ja. Ehrlich. Das ist der Sarkasmus, du Spasti. Ehrlich. Nein. Bei Yudacadabra. Es wird Zeit, dass ich wieder Steine kriege. Ganz schnell. Stein. Stein lassen. 33 Stück. Wird dir das für die nächsten zwei Sekunden langen. Wo rennt der denn hin? Wo ist denn das Lagerfeuer? Wo ist das Lagerfeuer? Digga, da war so viel Fleisch drin. Digga. Ich hab ihn. Wo ist das Lagerfeuer? Ich habe den Trike. Ist mir scheißegal, wo ist das Lagerfeuer, Digga. Ist mir scheißegal. Ich hab ihn Trike. Ja! Feuer! Oh, wir haben nach 10 Uhr seit ich mir so schreien. Nein, ohne Spaß. Wo sind das Lagerfeuer hin, Alter? Ohne Ritz? Da war halt... Frag mal den Trike, hab ich gesagt. Ach, den... Ach, den... Ja, hast du den gezähmt jetzt? Bin dabei. Muss jetzt nur hier stehen bleiben. Und ich brauch jemanden, der mich beschützt. Beziehungsweise wir beide. Weil, if we have a Trike, the Trike says us. Du kannst alles zerficken mit dem. Schlag, mit dem... Lagerfeuer hin, bei der